Untertitelung des ZDF, 2020 Andere Richtung, andere Richtung Hat mein Sohn Sie gestört? Nein Er sollte auch mit Fremden gar nicht sprechen Sehr gut Okie dokie Leute, hier kommt eure erste Zahl Du wolltest mich abholen, hast du das vergessen? Also ehrlich, die lassen dich noch Auto fahren? Das ist Brandon und das ist Reese, sagt Hi zu Cody Hi Cody Wo seid ihr? Wir sind weggefahren Wohin? Disneyland Schon klar Grüß Cody von mir Hilfe Ich hatte keine Ahnung, dass meine Schwester so gelebt hat Der wird richtig attackiert Lass uns auch wrestlen Steh auf Kann ich mal kurz ins Haus schauen? In all den Jahren hatte ich nie die Gelegenheit Einen Blick rein zu werfen Wem gehören die Kleider? Meiner Frau Ist sie tot? Ja Sie hat so viele kleine Dinge getan, die ich nie bemerkte Erst als sie weg war Und auch mit Menschen Sie hielt immer den Kontakt mit Menschen Sind das deine? Meine Nachbarn Sie wusste von jedem, wann er Geburtstag hat Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünschte, ich könnte nochmal diese Reise mit ihr machen Es wäre ein bisschen bewusster dieses Mal Wir würden sonst mehr Zeit nehmen Wir würden alles in Ruhe betrachten